ein wunderschönes und frohes neues jahr wünsche ich euch liebe leute und herzlich willkommen zur langen dunkelheit wieder in unserem kleinen hütchen am bretselsee ja liebe freunde das jahr 2020 hat begonnen und ja natürlich auch hier die hat schon gesagt ein frohes neues jahr und ich hoffe dass natürlich alle eure vorsätze und wünsche die ihr euch für dieses jahr vorgenommen haben habt haben in erfüllung gehen ich wünsche euch natürlich nur das beste und so weiter so weiter ist habe ich das habe ich alles bei mir auch schon mal gesagt jetzt habe ich bei salondack auch noch mal hinzugefügt und ja ich glaube damit sollte mein soll getan sein wir sind wieder bei salondack angekommen liebe freunde und wir haben heute ist das ja ich starte wieder im hauptmenü deswegen sage ich jetzt gar nichts zu wir haben heute wieder ein bisschen was zu tun wie immer wenn wir spielen ich glaube ich habe noch nie angefangen zu spielen und überhaupt kein plan gehabt was ich vorhabe wir müssen noch mal zum kater staudammt wir müssen zu unserem jägers freund um zu gucken ob der überhaupt noch lebt so nach wochen und tagen wochen und so weiter wo er da jetzt schon schwer verwundet in seinem bett liegt aber ich glaube der hat ein sehr starkes immunsystem und ist sehr widerstandsfähig von daher mache ich mir da eher weniger gedanken gerade noch mal eben hier in unseren Inventaren müssen wir ein paar Stöckchen sammeln ach ja stimmt ich erinnere mich wir hatten beim letzten mal ja dieses wie soll ich sagen problemchen dass wir uns ständig schmerzen zugezogen haben weil der typ nicht über schneeflocken laufen kann vielleicht sollte ich die gunste schon noch mal ergreifen um ein paar bandagen zu machen wie viele bandage 0,1 ganz ehrlich die 0,2 kilo die wir dadurch mehr mitnehmen das ist es mir wert wie sieht es hier aus ist geladen ist geladen alles klar und wir haben 40 stoff das sollte erst mal reichen ein stoff nehmen wir uns rüber erst mal wieder mit der kamera klarkommen die steuerung ist sehr empfindlich ähm zum unterbündel ein woanders hier verband dauert zehn minuten das machen wir mal eben schnell so dann haben wir nämlich vier verbände ich glaube das ist sinniger als nur zwei das wäre nämlich sehr sehr knapp und dann gehen wir mal als erstes würde ich ganz gerne mal zum kater staudamm zurück ich schaue noch mal gerade ob wir vielleicht genug essen dabei haben wir haben hier so ein rest schnitzel ein bisschen trockenfleisch und müßli und zwei müsliriegel sogar das sollte eigentlich reichen ich denke mal wir werden sowieso auch wieder unterwegs ein wenig was finden von daher brauchen wir uns damit jetzt nicht zu sehr zuzuschmeißen und ich bin mal gespannt wie viel glück wir haben werden mit dem wetter zumindest schon mal nicht das meiste aber zumindest schneit es nicht ich glaube das ist für die performance immer ein bisschen besser oder auch nicht ja die fps die ist auch ein bisschen am schwanken also ich bin jetzt war gerade kurzzeitig nur auf 36 fps runter hat er sich wieder ein bisschen gefangen 60 kriegen wir nicht hin aber zumindestens ja 49 er schwankt noch also er versucht sich da noch ein bisschen einzupendeln zu finden ich lasse das jetzt mal auf twitch so laufen in der hoffnung dass es nicht weiter störend ist und ich habe wie gesagt im obs keinerlei schwierigkeiten und ich hoffe mal dass wir jetzt nicht wieder einen von unseren pelzigen freunden begegnen werden das wäre sehr famos möchte ich mal meinen wir hatten ja am ende der letzten session hatten wir glaube ich zwei oder dreimal vor gehabt zum katerstausamen zurückzugehen und sind immer aufgehalten worden zugegebenermaßen wir sind auch hinten rumgegangen wenn man immer so diese ganz leichten flecke auf denen auf den monitor hat also wirklich nur minimal dann denkt man mit unter teilweise dass man in der entfernung irgendwo einen wolf sieht jetzt wollte ich schon drüber springen mit leertaste weil in 99 prozent der spiele kann man dann auf leertaste noch springen aber ich habe vergessen dass unser expert das hier nicht kann ich hoffe ihr seid alle gut ins neue jahr reingekommen ich würde ja mal interessieren was hat ihr so schönes gemacht habt ihr ein eher ruhigeres silvester gefeiert mit klagten klassen wo wo ich habe echt Lust jetzt auf konfrontation wo in die falsche richtung einmal zu weit geht ja er rennt aber hinterher er bleibt immer schön auf distanz aber das wäre jetzt wirklich egal um herauszufinden ob der wolf mit in diesen konnte in diesen supergocken reinkommt ist er noch da ja das ist so wie wenn wir mit unserem hund gassi gehen kann man sagen ein bisschen zumindest kommen lassen wir mal gut sein ich will die packe gerne mal nutzen um bis zum staudamm zu kommen das sollten wir ja wohl schaffen sind ja sofort da lalala lalala und kommst du mit ja fein diese magnesium fackel die haben aber jetzt ist es keinen sinn dahingehend dass sie die wölfe ja die flucht steckt sondern einfach nur auf distanz hält so hier ist er ist die burke ich möchte ehrlich gesagt auch nicht zu viel rennen was kostet uns halt schon eine ganze menge ausdauer der ist jetzt einfach mal stumpf zwischen den wagen gleisen geglitscht alles klar keine ahnung wo er rauskommt so jetzt sollte er so nicht mehr kriegen hoffe ich jetzt gerade ein bisschen gut im obs logischerweise auch weil es auch im spiegel rumpelt hat ja wenn dem so ist dann ist dem so alles klar so wir haben es geschafft liebe freunde und falls uns etwas erwartet so können wir es mit der magnesium fackeln noch auf distanz halten aber ich glaube eigentlich nicht wir haben ja soweit schon alles mitgenommen aber oben würde ich mich noch mal ganz gern zu ende umsehen da hatten wir zum beispiel noch den save wo wahrscheinlich überhaupt nichts sinnvolles drin sein wird vermute ich mal hier meine ich aber schon alles mitgenommen das ist zumindest alles leer das ist jetzt dieses zischen da ist das doofe das ist jetzt einfach immer fingerspitzen gefühl den bin ich auch gerade ein bisschen verdammt ok also irgendwo bei der 6 wenn wir bei der 0 anfangen oder wie verdammt sogar bei der 7 sogar schon ok nochmal jetzt die fackelt zumindest aus so 51 dann glaube ich die die 8 ist es sogar 51 8 und der wind draußen 5 war es gewesen auch wenn wir schon fast wieder zu weit gekommen so dann schauen wir mal was haben wir hier so schönes drin natürlich ein bisschen bargeld das ist ganz wichtig noch mehr bargeld signalpatron nämlich ganz gern mit gewehr munition ja also ich würde ganz gern irgendwie mal was finden womit ich das gewehr wieder ein bisschen flott machen kann hey notfallspritze geil richtig geiles zeug was wir gefunden haben das beste war noch mit die signalpatrone gewesen der vorteil ist jetzt sehen wir mal ein bisschen mehr hier drin weil es ja draußen noch tag ist wie spät ist das eigentlich auch kurz vor mittag so und jetzt betreten wir unbekannte gefälle liebe freunde dafür würde ich vielleicht doch noch mal ganz gern die lampe hier gerade an machen so man sieht zwar ein bisschen was aber mehr sehen ist nie verkehrt und dann schauen wir mal was wir hier so schönes liegen haben so hier sind erstmal nur paletten kartons und so weiter ich wollte schon wieder springen ernsthaft wir können nicht mal auf diese paletten drauf gehen das ist so eine experte eine kiste metallregale dafür brauchen wir immer bügelsägen ich weiß nicht ob wir jemals eine bügelsäge finden werden ich habe in diesem spiel noch niemals eine bügelsäge gefunden was liegt denn da oben drauf können wir auf jeden fall nicht mitnehmen so eine mütze kriegen wir ein bisschen stoff raus mhm 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 da ist alles nichts drin hier ist noch ein bisschen was mhm ok da liegt noch ein schokoriegel oh eine notiz die nehmen wir gleich ich durchsuche eben mal kurz nein nicht löschen die schubladen ist es food oder was wenn man nicht millimeter genau klickt noch ein bisschen zeichenspapier die können schon viele büsten hier entwickeln also das war wohl so ein schleckermäulchen was hier gesessen hat Kater Staudamm Sicherheits- und Abschalthinweise ein offiziell aussehender Hinweis mit dem Briefkopf des Kater Staudammes der Brief ist beschädigt und einige Wörter sind nur schwer zu lesen er stammt irgendwann aus den 90er Jahren das genaue Datum ist jedoch unleserlich so Sicherheits- und Abschalthinweise sicher überrascht es Sie nicht dass ein rentabler Betrieb des Kater Staudammes seit den zunehmenden seismischen Aktivitäten auf der Insel nahezu unmöglich ist zudem haben wir aufgrund des kürzlich aufkeimenden Ökoaktivismus oder nennen wir das Kind beim Namen Terrorismus mit neuen Risiken zu kämpfen die die Sicherheit der Anlage und Arbeiter gefährden aus diesem Grund muss ich Ihnen leider mitteilen dass ich nach Jahren der Modernisierungsversuche und allen leider fruchtlosen Bemühungen des namensgebenden Erbauers dass Richard Carter vor so vielen Jahrzehnten leider ebenfalls die Segel am Kater Staudamm streichen muss auch schön zu formulieren mit anderen Worten Sie sind gekündigt Mein Ehrgeiz ist es einfach nicht wert wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen Alle Arbeiter werden weggebracht sobald wir ihre Sicherheit gewährleisten können Achten Sie bis dahin bitte auf verdächtige Aktivitäten in und um den Damm herum Die sogenannten Waldflüsterer sind immer noch in diesem Gebiet aktiv Vielen Dank für Ihr Engagement für unsere Sache Hochachtungsvoll Robert Clark CEO Carta Hydro Energy Okay Das heißt Waldflüsterer von denen haben wir ja schon mal gehört Die Frage ist gibt es die eigentlich immer noch Hier liegen noch gerade Bahnschuhe und Stapel Papier sehe ich gerade Gibt es die immer noch oder ist das halt nur damals gewesen So Aufzugrufen geht nicht Das hätte mich jetzt aber auch sehr stark gewundert wenn das möglich gewesen wäre Hier ist noch eine Tür Die ist aber verschlossen Kontroll-Ruhm Wahrscheinlich ist da der Strommechanismus hinter Ich mach mal eben kurz nur zur Sicherheit war ja in der letzten Session jemand sagte es gab früher mal einen Wolf hier drin nur rein zur Sicherheit Was haben wir hier drin Zu viel Wasser kann man nicht haben da hat er schon nicht ganz unrecht Noch ein paar Signalpatronen wieder das ist auch gut Verband nehme ich auch immer gerne mit Da haben wir ja leider ein Abonnement drauf Ähm Jo Sonst ist hier No No Trespassing Okay Hier gehts runter Hier liegt eine Schnur Okay Oh Hier ist abgeschlossen wahrscheinlich Gefrorene Leiche durchsuchen Der hat noch zwei Warum finden wir hier so viele Gewehrpatronen Ich weiß jetzt nicht was ich davon halten soll Das Tor ist verschlossen Da komme ich auch nicht durch Okay Es ist also nicht wie im Überlebensmodus wo wir hier noch in diese große Halle kommen Hat sich jetzt nur bedingt gelohnt Ganz ehrlich Ich mache das hier mal eben wieder aus So ein bisschen Licht zu sparen Es ist zwar dunkel Aber man kann noch grob was sehen Das reicht eigentlich erstmal Diepatz Grüß dich Alles gut bei dir? Gut ins neue Jahr gekommen? Ja ich War mir nicht ganz sicher Und ich Bin bei solchen Survival-Spielen Immer so ein bisschen auf Nummer vorsichtig Ähm Insofern Es kann ja sowieso nicht schaden Mal zu speichern zwischendurch So hier Achso kaputte Metallleuchte Da brauchen wir wahrscheinlich auch eine Bügelsäge wieder für Ne? Ja Okay dann haben wir den Kater Stausamen Vorerst abgeschlossen Natürlich wir sind mit dem Kopf Genau durch den Balken durch Das geht auch immer Ganz gut Ähm Ja Dann würde ich sagen Gehen wir erstmal wieder nach Hause Und äh Bei nächster Gelegenheit Dann nochmal zu unserem pelzigen Freund Ne das klingt falsch Zu unserem äh Jägers Freund So klingt es vielleicht besser Ja Ah gut Okay Das ist natürlich dann ätzend Wenn man dann arbeiten muss Also ich habe übrigens auch äh Mir tun all die Leute leid Die wirklich an Silvester dann äh Auch spät Wenn nicht sogar Nachtschicht haben Also ich könnte mir echt Fast nichts ätzenderes auf Arbeit vorstellen Wie wenn man Silvester auf Arbeit feiert Also beispielsweise in der Pflegebranche oder sowas Eine Nachtschicht Alle schlafen, man ist ganz alleine Und um einen herum Ja wird Silvester gefeiert Da hinten sind ein paar Vögel Da schaue ich doch gerade mal eben vorbei Das sind auch Vögel Ähm Okay Es sind sehr viele Vögel unterwegs Das ist glaube ich unten Was liegt denn da unten Ähm Das sieht aus wie eine Leiche Okay Also nichts Wildes Und was haben wir hier? Ist das auch eine Leiche? Wir haben ja wieder ein bisschen was gefunden So, wo ist unser Freund? Ciao Wow Also diese Signal, äh Patronen sind echt Gold wert Ja, okay, gut Aber trotzdem Ich finde Silvester ist immer was Schönes eigentlich Oh, hier liegt ein toter Wolf Wie kommt der denn hier hin? 3,4 Kilo Ja Stunde 41 34 Minuten Ganz ehrlich Was wir haben, haben wir So und dann hier noch schön Haut Und Gedärme Läuft Können wir alles mitnehmen Hat der eigentlich gerade dieser andere Wolf Der kam ja von da Hat der an seinem toten Freund rumgeknabbert? Das wäre ein bisschen verstörend Also normalerweise sind wir doch gar nicht kannibalistisch veranlagt So und hier war glaube ich nur die Leiche gewesen Ich schaue trotzdem noch einmal zur Sicherheit Da hinten sind ein paar Rehe Oder zumindest einen sehe ich gerade Ja Das ist glaube ich wieder so ein Häftling oder sowas Die haben zumindest immer diese Häftlingskleidung an Der hat eine Wollmütze dabei, die er nicht auf hatte Alles klar Ja Achse und Messer, wir haben ja Achse und Messer immer dabei Ist ein bisschen windig gerade Aber wir sind dick angezogen Insofern alles gut Alles gut, tippse mich immer gerne an Also kein Thema Also das soll jetzt nicht undankbar oder sowas klingen Oh Gott Oh Gott Klingt so als wenn hier die Bäume umfallen Aber ich finde es auch cool hier mit dem Mit der Leitung die sich so ganz leicht den Wind bewegt Es knackt und ächzt in den Bäumen Weil es geht eigentlich mit dem Wind oder so Kalt ist uns nicht wirklich Nur mal kurz ähm Nur mal kurz die Frage Hagelt das ähm Auf Twitch gerade mit dem Video oder ist das nur bei mir so? Läuft alles flüssig Fragezeichen Das wäre super Also bei mir im OBS Ich hätte es vorhin schon kurz gesagt Ist alles soweit in Ordnung Spiel läuft auch flüssig Nur oft Twitch ist am hakeln Das kann natürlich sein Weil ich habe im Endeffekt Das Spiel offen Ich habe im OBS Die Studio Vorschau Plus die normale Und das Twitch Also im Prinzip habe ich gerade Sehe ich alles was ich mache Gerade in vierfacher Ausfertigung Und ähm Deswegen kann es sein, dass da die CPU ein bisschen Probleme mit hat So Wölfli ist weg Haben wir noch ein bisschen Fleisch mitgenommen Also hat sich der Weg auch ein bisschen Hat sich wohl gelohnt Ich muss gleich mal checken Wie gut das noch ist Wahrscheinlich ist das schon längst am Schimmeln Oder sowas Vor allem wo kam der Wolf eigentlich helle Da lag Haben wir beim letzten Mal irgendwie da einen angeritzt Oder sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr Ja Wie geht das jetzt kapiert? Quatsch Ja okay gut, ne dann ist das ja normal Der hat irgendwie bei mir vibriert auf dem Schreibtisch. Ach, das ist der Drucker. Vielleicht hört man es. Jetzt habe ich es auch gerade mitbekommen. Ja, der Drucker hat die Angewohnheit, immer dann eine Wartung durchzuführen oder sich zu reinigen, wenn man gerade in der Aufnahme ist. Das ist... Ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Ich habe erst überlegt, habe ich mein Handy hier noch irgendwo liegen und das habe ich auf Vibration gestellt, was ich eigentlich nie habe. Oder ist hier gerade irgendwie die Tastatur am Runterrutschen oder sonst irgendwas, aber... Oh Gott. Wenn man nicht weiß, wo es herkommt, dann ist es mitunter schon echt mysteriös. Jetzt so schön mit der Musik. Wenn der Wind jetzt nicht wehe, sondern einfach nur gutes Wetter, Musik, himmlisch. Haben wir eigentlich das Notfallkit, überlege ich gerade, für den Pelzjäger immer dabei? Oder haben wir das abgelegt beim letzten Mal? Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. So. Guck mal, ganz ehrlich, ich renne jetzt mal ein bisschen. Die letzten paar Meter. Scheiß was auf die Energie. So. Ab in die gute Stube. Das stimmt. Vor allem Rückenwind ist immer sehr gut, weil man dann einfach schneller vorankommt. Bei Gegenwind ist es immer echt ätzend. So, wir haben zwei Liter dabei. Da würde ich sagen, können wir auch erstmal hier das hier machen. Vielleicht wäre es jetzt andersrum klüger gewesen. Hier das einen alten Lappen aufessen. Wir haben immer so ein paar von den alten Müsli-Riegeln, dass die mal wegkommen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht wieder eine Lebensmittelvergiftung. Ja, scheint noch gut zu sein. Oder auch nicht. Gut, dann müssen wir uns also schon ein bisschen eher heute hinlegen. Nicht ganz so dolle. Ich werde das Fleisch aber nochmal eben zubereiten, damit das wegkommt. Holz. Was haben wir denn noch so schönes an Holz? Wir haben noch einen Haufen Bücher. Wir haben nicht mehr so viel Holz. Wie war es mir hier? Fünf Büchlein raus. Zonderbündel, Stapel Papier. Zonderbündel. Stopp. So. Story Mode, genau. Wir sind in Episode 2. Und werden jetzt gleich wieder, ja, was heißt gleich, morgen, mal gucken, vielleicht morgen uns mal wieder auf den Weg zu unserem Pelzjäger machen, den wir immer noch heilen müssen. That's done. That's done. So, schmeißen so ein paar von den heiligen Schriften hier rein und, genau, nehmen den Kochtopf auf. Ich nehme niges Wolffleisch. Hä? Sollst du den Topf da hinstellen? So, auswählen. Garen, so. Und Garen. Alles klar, 55 Minuten. Wir hatten, glaube ich, noch ein paar, ähm, Klamotten gefunden, die wir auseinandernehmen können. Die brauchbare, so einer Wollpullover. Hier erstmal diese komischen Mützen. Bietet sich ja in der Zeit immer ganz gut an, wenn wir eh warten müssen. Ist jetzt zwar nicht so, dass wir unbedingt Stoff benötigen, aber, was wir erledigt haben, haben wir erledigt. So, Socken, die brauchen, glaube ich, ein bisschen länger immer. 30 Minuten. Wie lange brauchen die noch? 20. Ganz ehrlich, dann warte ich kurz drauf, bis wir fertig sind. Verstaubungsrisiko. Wahrscheinlich, weil wir müde sind. Ja, machen wir gleich. Machen das noch eben fertig. Die brauchen noch 21 Minuten und 54. Da müssen wir nochmal eben ein Buch reinwerfen. Dann soll's, glaube ich, reichen. Um 56 Minuten, das reicht genau. Zack, zerlegen. Ja, du wirst, du wirst es jetzt wohl überleben. Nehmen, kurz hier warten. Nehmen wir uns das auch. Zack. Hier schmeißen wir mal kurz in den Stoff rein. Achso, und hier die Sachen zum Trocknen können wir nochmal eben auslegen. Getrocknetter Wolfspelz. Die kommen dann weg und haben hier wieder einen Spot frei. Ablegen. Frischer Wolfspelz. Wo machen wir uns jetzt? Achso, wir müssen ja noch eben Medizin nehmen. Hab ich ganz vergessen. Lebensmittelvergiftung hier von diesen Antibiotika. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, Nummer 1. Und dann 10 Stunden müssen wir, glaube ich, schlafen. Damit wir wieder fit sind. Okay. Danke. Okay. Vielen Dank.